Das Thema Energie ist zurzeit ein sehr großes Thema, was in aller Munde sind. Das wird durch die Medien getragen, durch die Politik getragen. Neben mir sitzt jemand, der nicht nur Energie verbraucht, sondern vor allen Dingen auch sehr viel Energie produziert. Mit Blue Energy, Geschäftsführer Herr Sauter, vielleicht erklären Sie ganz kurz, was sich hinter Blue Energy verbirgt. Genau, wir sind eine Projektentwicklungsgesellschaft im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben Kraftfolge spezialisiert, die wir in der Regel gebraucht kaufen und dann optimieren. Wir haben ein zweites Standbein, dass wir auch neue Kraftwerke bauen. Aber letztendlich die meisten, die wir bisher gemacht haben, waren tatsächlich gebrauchte Kraftwerke in der Optimierung. Die Optimierung ist ja sehr energieschont. Das heißt, auch die ganzen Energiekosten, der ganze Verbrauch, der bei der Produktion angefaltet ist, den haben Sie gar nicht mehr. Das bedeutet aber auch für den Anleger ein gewisses Maß an Sicherheit. Um was für Anlagen handelt es sich denn dabei? Die wesentlichen Vorteile sind in der Regel, dass wir keine langen Zeiten haben. Sie müssen nicht erst auf einer grünen Wiese irgendwas draufbauen, sondern wir haben im Prinzip Kraftwerke schon da, die wir optimieren können. Die sind in der Regel auch von dem laufenden Betrieb. Das kann, wie es sich aktuell in der Emissionen befindet, die Firma Prinz Eugen Energiepark. Das ist eine Produktion von Holzpellets. Das nächste Investment wird sein, das sind Biomasse-Heizkraftwerke, wo wir letztendlich Strom und Wärme produzieren, um letztendlich eine Stadt zu versorgen mit Fernwärme und mit Strom. In der Regel ist es so, dass wir tatsächlich immer irgendwelche Abfall oder Reststoffe einsetzen und daraus Energie gewinnen. Wie können sich Anleger bei Ihnen beteiligen? Wie können Vermittler mit Ihnen zusammenarbeiten? Tatsächlich ist es so, dass wir ein sogenanntes grundschuldbasiertes Darlehen anbieten, sodass jeder Anleger auch eine Grundschuld abgetreten bekommt, in höher seinen Investitionen. Das ist eine sehr hohe Sicherheit, die wir da bieten. Die nächste Vermögensanlage, die wir anbieten, das wird eine Crowdfunding-Geschichte sein, also über eine Crowdfunding-Plattform, über die Öko-Zinsen.de und auch über andere, sodass wir einfach einen nahtlosen Übergang haben von dem derzeit auslaufenden Projekt zum neuen Wasitz. Liebe Vermittler, liebe Anleger, hier kann man wirklich aktiv was tun. Hier kann man Umweltschutz leben und es hat auch noch was Gutes für den Geldbeutel. Die Rendite stimmt auch. Vielen Dank. Vielen Dank.